Ho 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 Schauuut Ich bin... Oh, schlag dich tot! Ok, gut. Nehmen wir auch an! Ja, hallo, ein wunderschönen... So, wo ist mein Ding dahinten? Das ist mein Ding des Bordaar, nee! Zieh an! Hm, irgendwie... Ist ein wenig leicht vor, ne? Nee, das ist nett. Aber... Ich würde halt... Es gibt da keine Schläufe, oder? So wie es ausschaut. Tappfelde aber. Aber warte mal. Ah, jetzt... Jetzt ergibt das auch Sinn, ne? Mhm. Wird jetzt auch attached, oder nicht? Ja, es wird alles attached, das ist Standard inzwischen. Ok, das war natürlich klar, dass es nicht wird. Und es hat der Licht dann gemacht? So! Jetzt macht es automatisch! Also wenn du rückwärts fährst, oder was? Ja! Ah, ok. So, wir machen mal Rundumleuchte an, weil wir haben ein dickes Teil hinten dran. Hoppala! Hallo! Da war keiner gestanden, hab irgendwie über Schock. Dann fahren wir mal heimwärts. Das kann echt ein Spektakel werden mit dem dicken Teil hinten dran. Kann man das irgendwie zusammenklappen? Nö. Kann man nicht, top. Ja, dann müssen wir halt so fahren, ne? Ich kannste nix machen! Halt das drückwärtsgang! Wie viel Pace braucht denn das Teil überhaupt? 200. Ok. Immer sehr leicht dazu, ja. Das könnte sogar der Klaas ziehen, weil der geht auch bis 205 Pace. Immerhin maximal aufträgend. Hm. Das klinge ich noch. Da-da-da-da-da. Und ja, wie wir auf eure Hunde vornahmen Vorschläge konnten wir noch nicht eingehen, weil wir nehmen das am... Vorherein auch. Können wir dann erst in der kommenden Bäume machen. Oder wenn wir die nächste Aufnahmesession haben. So. Würde mal sagen, das Teil klassen wir da vorne hier rein. Wenn wir da überhaupt reinkommen, ist natürlich auch die andere Frage. Ich komm! Probieren wir mal aus, ne? Aber der Wagen hört schön nach. Ja. Mit dem Schnellbeck. Das ist ja gut so. Ja. Wir hätten vielleicht noch eine Nummer kleiner nehmen dürfen. Ja, aber wenn wir dann später mal einen größeren Drescher haben, dann brauchen wir ihn nicht verkaufen, weißt? Ja, aber wenn uns, so wie ich uns kennt, werden wir uns dann gleich auf Anhieb Kraft stärkern. Brauchen wir die Ein- oder Ausfahrt hier vorne nicht, gell? Wer hier denn? Also, die nehmen wir da halt, ne? Ja, die hier vorne halt. Ja, du fährst halt bis hier vor einfach. Oder fährst. So, dann mal hier noch schon längst kommen und ja. So, jetzt vielleicht vielleicht auch noch auswählen. So. Flo? Ja? Können wir den Kopf setzen? Ja? Eigentlich setzen. So, abgehängt haben wir. Wunderbar. Bei dir gibt's feine, feine Essen. Hab's. So, dann holen wir mal den Rest von dem guten Zeug, ne? Der Oster da. Es gibt nicht mehr viel da. Oh ja, hier und da ist ja noch ein bisschen was. Weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon alles? Hm. Und wenn, dann holen wir es halt einfach nach und nach, was wir brauchen. Ja, grünzeigzeugs noch vielleicht, wenn dann. Ja. Das ist vielleicht noch eine Option, ja. Da 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 da. Da da da. Wollen wir sowieso gleich mal gucken, wie es mit den Feldern ausschaut. Oh Mann, hey. Oh Junge, jetzt hast du mit dem kleinen Funktion. Oh. Oh nee, hm hm. Aber ich glaube, der hat auch 100 PS, oder? Der hat 114 PS, also der wird doch reichen. Hm. Der ohne 14, 13 und Alter. In der Kuh in Europa. Ich hab noch mal. 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 Ich hab noch mal gesagt, Flo. Ich hab noch mal gesagt. Oh. 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 Oh, das ist mal noch einmal. Achso. Ich hab noch mal gesagt. Das muss er da noch wo ja auch sehen So Weil es nur die Länge gezogen, finde ich Wie? Das schaut aus, wie wenn auf beiden Seiten noch ein Sehner Fendt ran gedroschen wäre Ja, ja, und dann gleichgemachten Mhm So Das war ein wenig weit Ah, es passt So, Kabel ran Dann fahren wir das Teil auch nochmal ran Was ist denn du da für ein Wungen kauft? Nein, was ist denn? Ruhland? Doch, Ruhland glaube ich heisst er Woher weischt denn du es überhaupt? Hm Woher weischt? Dass ich ein Wungen kauft hab Ich hab's doch gar nicht gesehen Was ist denn am Händler gewesen? Ich bin gerade in den einen Ding eingestiegen Ach so Den Rauben Ernsthaftigens Ja Aha So, ich schau jetzt gleich mal, wie es auf die Förder ausschaut Hallo Ja Irgendwie haben wir ein Problem, Haul Ja, und das Problem wäre Ich finde nichts für die Oliven-Technik Und die Hänge gibt's auch nicht für Hm Ich bin nichts für die Oliven-Technik Keine Hänge oder so Winter, Transport Was ist denn eigentlich da drin? Ah Pappeln, Gras, Heu, Silage, 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 Holz Pommes, Silage Ah doch Da sind die Oliven Gibt's doch sogar ein Pack für die Oliven Kannst du in jeden Hänger reinballern Ja, habe ich jetzt auch gerade gesehen Und dann brauchen wir noch das Zeug da Die Spritzen und dann haben wir alles Was kauf ich denn für die Oliven? Wenn die Spritzen Ja, da brauchen wir keine Spritzen Wir können mal ausprobieren, ob der in einen von unsere Hänger, die wir jetzt da haben, nicht passt Ich komme doch da nicht hoch, Alter Weiß ich nicht, wie groß Ja Ja, der eine, der vorgeschlagen wird, der ist aber auch nicht so niedrig Oh, warte Package Oliven Wenn du ins Pack reingehst, dann würde da der Hänger packen Ja, der Rudolf, aber Ja, das ist ein Rudolf Der ist... Der ist ja nur größer No May Nee Da kauf ich die Spritze noch, oder? Die Eckstrecke Ja, die Bodenbearbeitungszeug Wart man das? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Also den Mulcher würde ich schon mal sagen, oder muss, glaube ich, schon mal multen Oder keine Ahnung Ja, aber der würde ja größer, obwohl, warte mal Ich weiß auch noch, ich habe die Sonneinhalb Arbeit Arbeitnehmer Keine Ahnung, wer hat der den Hänger hinstellt, Alter Ja Der EFO Der Halle Ja mitten Nein Der EF, der steht nicht, bitte, den Ja doch fast Und er knistert immer um den Kupfer, Alter, wenn man hier in der Halle drin ist Ja, jetzt habe ich es zerkauft für den Boah, warte mal, soll ich jetzt den Hänger noch extra kaufen, Oliven oder nicht? Ja, du kommst doch auf den Brandmau kommst doch auch leicht noch Ja, aber ich würde halt schon gerne ein haben, wo ich den mit dem Fancy kann, auch voll Also, stimmt Ja, gibt's da überhaupt einen kleinen süßen Ja, okay, es gibt schon ein paar kleine, such dir einfach einen raus Der Reisch Ich würde den Reisch nehmen Und für den Reisch Der ist doch genauso groß wie der Rudolf Ja, deswegen Aber ich finde den Rudolf hesslich Ah, na Jetzt Ich drücke immer wieder nochmal Ne, nicht den Wind Da ist sie So, dreh dich Passt Kann man auch lassen So Ich schau nochmal wieder ein Einbekannt Einbekannt So Ja, okay Steigeren 31.000 Leften Worteam Auf Worteam Das war jetzt Die Es ruft Gerät Das wurde die kristoff war uns mehr der Hänger der Döte der Hänger der Spitzersche Kostüren so die Stimme in den Sonnen nun mit der Welt mit 2 Hänger Bluts ich habe für die Ex-Stick die Halsschau zu kommen wir reingeschmissen euer Jahr U.H. Obwohl der Klickte leichter bis das Gefühl nur aus morgen wenn man so einen Monat was man da zu tun tun Hallo alter geht nicht schon wenig ist das auch schon ob das agern braucht also gibt es die floh jetzt aber nicht normal dass es so knapp aus eigentlich das ist aber doch nicht normal dass das so knapp aufgehört naja du hast schon ein wenig Luft ach das aufklappt ah jetzt oh dann hörst du hallo ich muss da rückwürste rein alter fette mir vorher nicht so mal geht's noch ach du brauchst den Spaten-Ding ja und wartet zur Zeit wieder raus ich wollte eigentlich umdrehen ich wollte ihn eigentlich schön hier so herstellen aber von der Seite kommen mir das schön hin so halt satt dann kommen wir stücken vor nehmen wir das Ding an der kleine Fett steht auch ganz unhöflich wo drin ich will es nicht gewissen wo ich nur ein Quitschdorf nun in der Schulz kann die Art der Partie überreden beschmeißen und Sporte dorn so ganz neu sind die Blüter mit dem Teil Nyaoooooo Ich f- Näh Alter Ich hab mir auch Passwort Und mein anderes Ding Ich fühl mich so klein mit dem drum Oh, der ist auch nicht groß Und das kann nicht passieren Er hat aber trotzdem 114 PS Ja, der ist schön Ah, wo ist er denn? Kommisch a weiter hat der Landini weniger Ja okay da ist es zu tun die Spannmaschine 4,5 Meter 4,5 ich weiß nicht ob das vorne heran könnte, ich zerstörte es einfach mal vorne heran ich habe das Gefühl dass das nicht so ganz gesund ist für den ja da hängt der Barsch denn was denn ich hatte es ruhig gerät als erbranche von püft ich habe das vor der dran mir ja du das eigentlich für ein heck ja wo ein Ort später p nee ich bin ja mit der Sparmaschinen unterwegs das ist keine Apel wir halt eine Ente das ist das bockt schon alter der werdet da richtig züchert das Sound ist echt geil boah haaah ach du scheiße das kann ja was werden bis ich daheim bin eigentlich die Maria ja passt bis ich daheim bin die Mühmung bei Euro wird auch darauf Johan nun und die ließen aber das war ein altes gestorben nun so gut gelaufen wird stehen der erste Anhaltung es ist in der Richtung die Flügel der Hüttel weil ich so nicht fühle ich ziehe ich auch guten Aufruf der Röscher, da fein sich nix das ist alles doch nicht normal, Alter, Ohr Alter, haust den, mein Name ey, das muss ich eigentlich... hast du mir, ob es das richtige gekauft, ja ich hab mir da nochmal größer, haha also, ich hab halt das für hinten dran gehabt und dann für vorne dran weil ich das schöner fand, weil das halt auch seibig bekann ja, ja aber das müsst euch dann schon alles richtig sehen so, wir haben mal kurz ein paar Einstellungen getreffen, weil ich glaub da haben wir teilweise noch was nicht eingestellt, oder? hmmm normal doch schmutzig so langsam gut, dann passt schon das ich würd sagen, dass Olivenzirkel hat mir alles draußen stehen, weil wir das aber wieder brauchen ja, das muss nix zurück in der Halle, ne, ne hallo jetzt soll er das unterlassen GPS bauen wieder und dann geht's ab uah, das war der Rückwärtsgang bin hinten in der Luft wunderbar nice aber ich werde mir das nur machen, dass die Scheibe nicht oben ist oh nein, ich hab dir das umgekickt oh nein, ich hab dir das umgekickt oder kann er das warmste ne, glaube ich nicht, ne, ne überhaupt nicht Ok, das geht nicht Riesen mehr da rau So, jetzt geht's aber So, lass mal ab Wir brauchen da noch eine Fläche für die Oliven, gell Ja, ich würd jetzt sagen, da drüben rauf klatschen Ne, nee, wir brauchen mal, wir können mal ein relativ kleineres Feld nicht mehr Braumoposer groß sind Rd 38 Ja, beispielsweise Kann man den nennen, ja Würde Schausau haben Wer ist eigentlich Oliven? Hm? Ihr seht mir eigentlich Oliven Verscheiden wir an den Sammaschinen Ist jetzt Einzelkorn, oder? Naja Also Muss man mal gucken, also in dem Dingpack ist gar keiner mit drin, glaube ich Oliven Technisch Dann müssen wir die platzieren Achso, das kommt kurz Ja, stimmt, wir brauchen ja die Reben und alles Ich zieh mich auch mal kurz Land Ne Viehhandeln Kleiderschrank Bauen Produktionen Da, Plantagen Doch, die musst du platzieren Ah, das magst du genauso wie mit dem Soundtool auch Woh özell In der Sammaschinen Das war es aber noch lange another Ich bin noch gar nicht drin in dem Teil Produktion haben wir noch gar nicht reingeschaut Dann ist ein Ratuherr, kann man auch was hinbauen und dann kriegen wir Geld Aber die muss ich den quasi wie ziehen Leute müssen da eben auch erstmal etwas Drescher raubjagen schnell zu gießen bei der anzimmer 30 ist ein guter platz eigentlich nur dafür raus der simba 30 ist noch schöner platz hier oben der ungewürzter der simba 30 ach der da hinten, ja das ist so ein spitz oh wow diese fruchte Art kann im augustinlich gepflanzt werden das magst du grad ja ich wollte die platzieren aber die kann im augustinlich gepflanzt werden naja weil ich dann schon Gold wert dann so eine Nummer um nächstes Jahr worden das neue nun aber nur können sich für 100.000 Solaranlage kaufen wir haben einen Platz zu finden und auch bestimmte wo einfachst mittigen Hofe bei den Schafen Mh mh Was? Ja, natürlich Hey, ja, das machen viele Scharfstall irgendwie Quartat Also, wir kaufen hier eins rein oder für hunderttausend Ja, wahrscheinlich Aber wie groß sind die überhaupt? Sind ja riesig oder nicht? Die hunderttausend, alter Ja, dann nehm mal das kleine Können wir auch kleinere rein Äh, hunderttausend, das ist dann schon riesen Anlag Nein, das sind bloß Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben Acht, neun, neun, neun Das ist echt ein kleines Teil Das ist echt ein kleines Teil Ja, sag ich doch! Das kostet schon nach tausend Das klump, oi, da leckt es mir auf Aber das gibt ja 3,30 Euro pro Stunde Oder wir nehmen dir das Windkraftanlagen-Ding von uns da Das Windreilerplatz sind wir mitten an der Ovene Nein, kleine Windkraftanlage Die hunderttausend Die hunderttausend Mit des Fuzelding Das ist doch net normal, alter Junge Das nennt mein Geld ist groß, wie viel drast Naja Aber das gibt ja 2,80 Euro pro Stunde Sollen wir das nicht schnell klatschen Aufbohren Nichts, kann ich meinetwegen schon nicht mehr Das ist einzig Äh, Schofort, ne oder? Ja Oder mal, oder salva Oder so mit Schofort das nicht klatschen und den Hayner-Wort Ist nicht Doch, du, mir ist das wulsch Ich passe das dann nur den Boden an Den Rest überlasse ich dir Kann ich das drehen? Mit rechter, äh, linker Maustaste Äh, doch rechter Maustaste Mit rechter, äh, linker Maustaste Äh, doch rechter Maustaste Dreht 187.000 Euro verschwind Ja, mei Aber ich schaute schlecht aus, da wo es jetzt steht Nee, nee, nee Dann dreht's ja immer was am Hof, aber trotzdem 178.000 Euro, wenn das so eine Flüsseldinge schon wieder überteilt Ja, es gibt halt auch 80 Euro pro Stunde Weiß mir die Ballen, wenn man die kauft Hmm, pro paar tausend Euro, hmmm Hmm, nicht viel gut gelaufen Der Hänger schon der Weg über Naja, der reicht sogar weg Großer für den Feld, da geht es schon eh Das bin nur mit Sack und niemandem Klon Das ist ja Kloner, der Wohnwitzel Der Wohnwitzel ist aus großem Also, ne, c Kubik Das ist ja nicht, ne, c Kubik Ja, nur, ne Wieso, es wird die kleinen Dinge dann lang gehofft, ne, oder so Hä? Ja, ich hab mir halt denkt, ja, wenn... Gib mir ein paar Minuten, dann haben wir einen Acht, ne Nein, ich hab mal gedacht, wenn das mit den Oliven nix ist, haben wir einen kleinen G'seiten Wungen nochmal Ahhhh Ja, das Fuchs muss das sein Nicht nur einen burschigen Schwanz haben Hmhmhm Aber das, das schaut nicht schlecht aus, finde ich So, wie es jetzt drin steht Oder? Nö Kann ich nichts gegen so Was steht eigentlich in unserer Gruppe draus? Und da noch so'n, 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 so'ne Solarplatten? In Schofort, ne So rein Oder so rein Oder so rein Nö Ich fiel so schön Steht Ah, das dreht sich mit der Sonne Hast du das kaputt gemacht, Schofort, oder? Ne, die, die steht schön Komm nicht raus Schau her, das steht doch geil Ich find das schön Ohja Snuggle nennt er so Ohja Ach, das ist der Ding Ist das auch ein E? Ne Ne Nogel nennt er so Nein, der ist ein Dreizeilinder Ja, aber der Nogel... Ja, okay Der MF mit dem Onkel Nogelloser Der ist so ein Dreizeilinder, ne объяс Sorry Ich- Das ist nicht Ja, ich mach jetzt alles Ohja Ich- Und jamel Ich weiß nicht, wo ich nachher kann. Achso. So, Motor aus. Nun gehen wir mal hin und mal in die Plane runter. Oh, ist doch schön. Oh, nö, der läuft bloß noch mal 20, der Mann. Da ist mein Feld. Ja, du. Kannst nichts machen, ne? Heilig! Oh, scheiße, die Schafel ist größer. Oh, ne, jetzt kommt schon wieder das Thema. Ich bin, der weit fattet, der Arm aushält. Ibn Cin huele. now, dann gibt's noch mehr die Doppelstreckte. Doppelst du? Ja, du, ne? Aber lieber lieber. Es wird doppelt so lange auch. Ja, du bist gut. ался wie die Größe. Aber lieber Leute, wir sind alle mit der heutigen Folge. Ich will wieder fertig, jetzt kommt natürlich genau. Damit sie nicht mehr spielen darf. Eintracht, ich bin trafje, nurànke, aber keine Cent und mitirbote, knapp drauf, wenn gerade nicht kantiert, Dann sehen wir uns schon bald in einer weiteren Folge hier auf der Haupt-Belleron zusammen mit dem Philipp im LS22 und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017